So. Wir werden das natürlich auch alles noch so ein bisschen dschungelmäßig ausstatten hier. Wo wollen wir nun raus? Hier? Ne. Hier geht es auch gar nicht raus. Scheiße. Ich habe mich schon verirrt. Ach, hier sind wir. Das war's. So. Muss man halt nur gucken. Ich weiß jetzt nur nicht...